Ja, okay. Ja, mein Problem, Leute! Was denn? Alle lichen und fingen. Und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft SkyQuest! Mau! Hallo, ich bin Baloui! Hallo, ich bin Baloui! Ja! Übrigens, ich habe herausgefunden neulich, wollte ich mal nur gesagt haben, dass diese alte Regel von wegen Katzenvideos gelten als Titten-Thumbnail wirklich stimmt. Was? Ich habe einfach nur ein einminütiges Video hochgeladen von einer Katze, die sich putzt. Okay. Das hatte innerhalb der kürzesten Zeit über 1000 Aufrufe. Der war ja auch ne Katze. Ja, ist schon klar, aber ich bin ja... Okay. Ja, ne gute Idee. Krieg ich das Zeug? Nein. So, Leute, gib mir mal ne Aufgabe. Was ist denn jetzt grad noch offen? Ah ja, Obsidian wollte ich basteln. Okay, ich brauche keine Aufgabe. Danke. Hier habe ich eine Katze. Luna! Hallo, Luna! Was hast du gesagt? Ich brauche Lava mit dem Wasser da drüber oder wie? Nein, eine Stone Barrel, da tust du Lava rein und dann schüttest du ein Eimer Wasser oben drüber. Hier, das hier sind Stone Barrels. Da packst du jetzt Lava rein mit dem Eimer. Ja, hast du einen Eimer für mich? Ja, habe ich. Hier. Und dann musst du da Wasser drüber schütten. Aber bitte so, dass nicht unsere ganzen Fackeln abreißen. Also, mach's irgendwie safe. Dankeschön. Kann ich das machen? So. Bitte. Geht nicht. Was geht denn jetzt wieder nicht? Packwasser drüber. Es passiert aber nichts. Bist dumm. Mach mal. Da. Das muss lang genug denn. Okay, okay. Ich hab's verstanden, hab's verstanden, hab's verstanden. Aber das machst du jetzt bitte nicht hier, wo die ganzen... Ach, mach doch. Jetzt habe ich schon einmal gemacht. Jetzt kann ich es auch nochmal machen. Blob macht der Fischi. Was? Blob macht der Fischi. Ja, ja, also blau, 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 blau. Weißt du was? Ich an der Stelle hätte die Barrel abgebaut und was da unten hingestellt. Aber pfff. Mach du mal. Balu, das ist gar keine dumme Idee. Ja, ne? Oh, wenn du dich überrenzt. Ja, ja, so blau, blau, blau blick der Entzion. Nein, Obsidian, nein! Das war eine dumme Idee, Balu. Wieso bin ich jetzt wieder schuld? Das würde mich jetzt auch interessieren. Warum ist Early wieder schuld? Äh... Genau, warum ist Early wieder schuld? Ja, warum ist Early wieder schuld? Weil das Obsidian gerade mit dem Wasser ins Nichts geschwommen ist. Vielleicht solltest du das Wasser beschränken? Das passiert auch nur mir. Ich glaube, er ist ganz schön dumm. Hier sehen wir ein Obsidian-fahrendes Early Boy in ihrer freigen Weltbahn. Das Obsidian-fahrende Early Boy, meistens rotgekleidet, ist dafür bekannt, dass es Obsidian-technische Unfähigkeit vermittelt. Hallo. Nett sein. Hallo. Wir sind immer nett. Jetzt. Ich bin eine äußerst freundliche Katze, aber ich darf mich nicht... Nein, 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 nein! Wasser, Wasser, Wasser! Komm zu mir! Oh. Äh. 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 Wir sind alle lieb, Early. Äh. Äh. Katze Essling. Äh. Hier sehen wir ein freilaufendes Baloui, rumstehend wie immer. Ja. Die ich gleich in die Fresse hau. Ey, das ist ja wundervoll. Es versucht mit dem Kameramann zu interagieren. Geschafft. Und so hatte meine Fresse auf einmal schmerzhaft. Ja. Du verdient. Ja, genau. Verdient, sagt er zu mir, gell? 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 Wir sehen uns vor einem Fischgericht. Möglichst tun Fisch. Boah. Ich halte das nicht aus, ehrlich. Ich weiß schon, warum wir nicht mehr schaffen als vier Folgen. Weil ich die ganze Zeit immer nur weinen könnte. Die ganze Zeit. Warum weißt du denn? Ich bin voll produktiv gerade, ja? Ja. Okay. Ich hab Toast-Sandwich. Wenn man zwei Toasts zueinanderlegt, wird das zu nem Super-Sandwich. Okay. Wirklich? Ja. Man kann einfach zwei Toast-Seiten aufeinanderlegen und das ist als Sandwich getarnt. Wow. Wo soll ich das Vorteil jetzt hin? Und ich krieg noch mal mehr essen. Ja. Aber es lohnt sich nicht. Das ist eine Logik. Wo kommt das Vorteil jetzt hin, Leute? Aber es lohnt sich nicht. Bitte, Early, bau dafür eine eigene Plattform, die gesichert ist. Bitte. Hinter die Mob... Ja, welche Richtung ist das Ding? Ja, ist mir egal. Irgendwo, wo es safe steht. Frag Katze, die ist die Landschaftsplaner. Soll ich es unter unserer Plattform vielleicht sogar machen? Das wäre... Ne. Mir wäre das sogar ganz lieb, wenn du das irgendwie nochmal neu als Plattform außerhalb machen würdest. Weil wir werden dieses Ding, wenn es an ist, immer hören und es nervt. Nimm mal das hinter der Mapp haben. Ja. Das wäre zum Beispiel ein guter Punkt. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Early ist genau so blau wie wir. Nein, dumm. Early ist dumm? Ja, natürlich. Sag jetzt nicht, das wäre dir noch nicht aufgefallen. Ich dachte, wir sagen unfähig. Wir sind kinderfreundliche Unterhaltung. Ach, scheiße, du hast recht. Ich meine, Mist, du hast recht. Keine schlimmen Wörter. Okay. Okay. Außerdem ärgern wir keinen Earlyboy mehr. Ja. Wir ärgern uns jetzt einfach alle immer gegenseitig im Kreis, sodass jeder was davon hat. Nee, nee. Nee, 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 nee. Weißt du, dass mich Earlyboy seine dämliche Kuhfarben ein bisschen nervt? Bei dem genau da steht, wo nämlich nahe der Blutalltag stehen muss. So dämlich. Kann man noch ein bisschen mehr Pech haben. Wir machen das irgendwann so, dass wir ihm alle Items klauen und ihm dann die Aufgabe geben, dass er die zwei Kühe einfangen muss mit, hier weißt du, das Weed. Ja, klar, die fangen dich eher ein als du die Kühe. Katze, gehst du mal bitte da hoch rein in die Mobfarm und tötest mal alles, was da noch drin steht. Dankeschön. Machen wir gleich. Zuerst mache ich aber das nächste Upgrade. So, dat wieder weg, dat wieder weg, dat wieder weg. Katze, du kannst doch deine Skyfarm jetzt weitermachen, ne? So, wie soll ich die sichern? In Skyfarm die Questreihe, weil irgendwo ist Inksex, die habe ich gefunden. Inksex? Ja, und du kannst jetzt dein Buch schreiben und dann kannst du da weiterforschen. Und du müsstest einiges davon schon erledigt haben. Aber Louis wollte es ja so. Was wollte ich? Was habe ich jetzt wieder gewollt, was ich gleich gewollte? So, wir haben jetzt ganz viele Upgrades da drin. Wo drin? Ja, in unserem Automatic Seed, wir haben jetzt über zwölf Upgrades drin. Nur Speed? Jetzt haben wir nur noch vier, Alter. Ja, alle Speed bis jetzt. Ja, nur dumm ist es nichts drin, ne? Ich habe gerade sechs Eisen verballert wegen bei Louis. In dem Moment, wo ich da war, ist es gerade ausgegangen, dass Zeug was drin war. Wiederhole nochmal, ich habe gerade wegen bei Louis sechs Eisen verballert. Für was? Jetzt habe ich einen Schluck auf. Für was? Ali, Ali. Kommst du rein, Katze, rausgucken. Für die Tür. Ja, okay. Da kann ich leben. Wenn wir dafür nicht sterben, ist es okay. Ich finde das okay. Katze bestimmt auch. Irgendwas wollte ich machen, Katze. Irgendwas. Du wolltest Dinge tun. Wow, hast du direkt mit... Wow, was hast du hier für die gigantische Schmelze gebaut? Okay. Haben wir wohl auch kein Problem mehr mit. Ja, ja, alles gut. Das waren die Bricks, die du fertig gemacht hattest. Ja, ja, ja. Kritisier mich nicht! Ich komme mit Kritik nicht klar! Schrei mich nicht an, ich habe auch Gefühle. Ja, und was angeschrieben wird, hat keine Gefühle mehr, oder was? Nee. Oha. Meinst du, man kann hier an den Tisch eine Transferpipe setzen? Hier hinten hinter? Und dann an die Kiste, dass die fertigen Ingots reinkommen und oben eine Clock drauf, dass die die ganze Zeit selber schmilzt? Ja. Ja, ich kann das sogar komplett ohne Mod machen alles. Ja, ich weiß. Mit einem Hopper unten drunter. Und eine Comparator-Hopper-Klock oben. Ja, aber es ist ein bisschen schöner, wenn... Erstmal gibt es eine Clock. Ja, soweit ich weiß, vier Stone, vier Redstone-Fackeln und ein... ne, eine Redstone-Fackel und vier Redstone. Ja, vier Redstone, eine Redstone-Fackel und vier Stein. Aber ich brauche ja auch eine Transferpipe. Du könntest mal eine Transferpipe bauen. Das schwärm war ganz nice. Ich wollte jetzt noch ganz kurz zwei Fortune-Upgrades machen. Ja, machst du, dass wir das da, genau. Und dann machen wir danach direkt die Transferpipe. Ich wollte... irgendwas wollte ich doch. Achso, ich wollte, dass jemand da oben die Mobfarm cleart. Aber macht ja wieder keiner. Ja, warte, mach ich. Mach ich. Alle. Doch. Ne, ich mach es selber. Was ist denn das, was am meisten Schaden macht, was du dabei hast, Ellie? Ich mach das schon. Keine Sorge, Alter. Nein, nein, ich geh jetzt rein. 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 Aaaaah! Nein! Das war eine Scheißidee. Ah, fuck, 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 fuck. Töte mich nicht. Ich hab Frau und Kinder. So, Kinder? Nein. Aber das wissen die Skelette ja nicht. Jetzt wissen sie, so hast du es ihnen gesagt. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Erstaunlich. Hey. Hey. Oder wie Mr. Spock sagen würde. Mr. Spock. Uff. Haha. Okay, Mr. Spock. Mein Name ist Mr. Spock. So, geschafft. Yes. Mobfarmstier. Jetzt kann ich sie endlich umbauen. Ha. Kommen wir noch nicht raus. Hilfe! So, wir haben jetzt auch noch acht Ding Upgrades und ab jetzt kostet das Ding richtig was. So. Ja, aber Strom ist das geringste Problem. So. Weil die denken dann, dass du das da hinten auch ausleuchtest, ne? Damit da keine Monster spawnen. Ja, 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 ja. Nix Problem, nix Problem. Meister, die macht dich. Ich kenn deine nicht Probleme. Nix Problem, nix Problem. Oh nein. Nix Problem, nix Problem. Nix Problem, Balolli. 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 Okay, ich kann den Wayne Hammer nicht wieder reparieren. Aber, wir haben den Wayne Hammer wieder drin durch die Arbeit, die ich gemalleistet Nix Problem, nix Problem. Nix Problem. Nix Problem. Nix Problem. Nix Problem. Nix Problem. Hallo, Ali. Hat einer von euch ne bessere Spitzhacke als ne Flint Pickaxe? Also, meine ist Mining Level Iron, wenn du das wissen willst. Wir haben ne Pick of Tears. Ja, die bräuchte ich ja mal bitte. Ist aber auch nicht so schnell wieder, dankeschön. Jojo. Ich brauche sie ja auch selten. Und wenn ich... Nimm mal eine Flint. Wenn du willst. Ich brauche sie wie gesagt nicht. Ah, ah. Behalt ruhig grad mal. Gut, dankeschön. Und ich sag vielen Dank. Für die Tearschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen lieb von dir. Manchmal ist ein Fischi wie ein goldener Baum. Steht bei mir alleine in nem einzelnen Raum. Was? Hey, warum pack denn das? Der Server funktioniert nicht hier oben. Wusstet ihr das? Was? Die Transfer Note funktioniert hier nicht. In das Thief. Doch, aber... Natürlich! Ich weiß nicht, warum du da Cobblestone reinlegst. Hä? Da muss Gravel, Sand oder Ding rein. Du hast da Cobblestone reingepflanzt. Das weiß ich doch nicht. Ich hab's dir auch grade in nem normalen Toto gesagt. Ich hätte dich auch anschreien können dafür, dass du so inkompetent warst. Hab ich nicht gemacht, oder? Wo kriegen wir das denn her? Alles gut, Katze. Du machst das richtig. Schrei ruhig, so viel du willst. Earlyboy braucht das. Hallo! Ich mach grad... Achso, ich hab schon dein Ding fertig. Du kannst ja kurz mithelfen, Early. Genau! Mach dich mal nützlich, Early. Okay, dann mach die Bomfarm wieder heil. Okay, 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 okay. Early hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass deine Mobfarm ziemlich scheiße steht und bald weg muss. Äh, nicht deine Mobfarm, sondern deinen Stall. Early, wie viel Leben hast du? Aber Louis, warum machst du das so? Weil ich das so brauche, damit Mobs regelmäßig spawnen, während wir nicht in der Nähe sind. Das musst du. Es tut mir leid. Äh, okay. Gut, ich lass euch da mal allein. Ich geh da mal weg. Ja, gute Nacht. Die Mobs laufen doch da runter, aber Louis. Es ist so, wie es sein muss. Glaub mir. Ja, natürlich. Es wird doch noch verkleidet. Ja, okay. Ja, mein Problem, Leute! Alles denn. Ich identifiziere da immer noch einen leichten Konstruktionsfehler bei Louis. Ich nicht, warte mal ab. Ja, klar! Wahrscheinlich! Hilfe! 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 Ich hab'n Enderman angeguckt. Ich hab'n Enderman angeguckt. Ich sag' da jetzt mal gar nichts zu. Ich hab' auch gar nicht gesagt, dass Erli Boy Fackeln den stellen soll. Oder so, um das Mobspawn zu verhindern. Aber nein! Ah! Warum hast du das nicht gesagt bei Louis? Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse diesen Jungen so sehr. Ich weiß gar nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe, nochmal ein Projekt mit ihm zu machen. Ich versteh's nicht. Ich werd's nie verstehen. Ich glaub, ich brauch' irgendeines Fame. Vielleicht bist du ein Machu-Tisch. 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 Mein erster Tod! Yay! Erli hat nen Leben verbraucht, dafür wird eine Pfeife geraucht. War dafür, dass du mir nicht geholfen warst. Ich? Dir nicht geholfen? Ich hab' unterlassen die ganze Zeit. Das war meine moralischer Beispann. Ich war gedauert. Ey, Können heulen! Wer war da eigentlich dran? Du? Ich war dran. Okay, Leute! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen neuen Schnurr um da. Wir werden in der nächsten Folge in den Nether gehen und gucken, was uns da erwarten. Ja, viel Spaß. Ähm. Ich fahr doch hin. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss. 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 Miau. Mu.